Guten Abend meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich im IWM zu unserer heutigen Veranstaltung Books in Perspektive, Mythos Nachhaltigkeit. Wir stellen Ihnen heute zu zweit, wenn ich das mal so sagen darf, ich bin gleich nicht mehr auf der Bühne, ein Buch vor. Und in der Ankündigung heißt es, die Welt der Tomaten ist voller hartnäckiger Mythen und unbequemer Wahrheiten. Ich habe mir immer gewünscht, eine Veranstaltung anzukündigen, die mit einem solchen Satz beworben wird. Und ich kann Ihnen noch dazu sagen, dieser Satz ist auch sehr wahr. Er ist für mich persönlich auch wahr. Ich habe mich in das Material eingelesen und in das Buch eingelesen und all das, was ich über Tomaten zu wissen glaubte, aber bisher niemals zu Fragen wagte, um einen Eltern Filmtitel zu zitieren, ist widerlegt worden. Ich glaube, wir werden eine sehr spannende Veranstaltung haben. Es wird eine ungewöhnliche Veranstaltung, das kann ich Ihnen jetzt schon ankündigen. Also Annemieke Hendricks hat als Fellowin 2013 im IWM einige Monate hier an diesem Buch gearbeitet. Hier ist es, wir haben heute einen Büchertisch draußen. Das ist das erste Element, was etwas ungewöhnlich ist. Annemieke Hendricks ist eine niederländische Journalistin. Sie hat für das Tomatenbuch in ganz Europa recherchiert. Ich will nicht zu viel vorwegnehmen, sie verknüpft es auch immer wieder mit ihrer eigenen Biografie. Es gibt ja auch den Mythos der niederländischen Wassertomate und den Mythos, dass man die Tomaten aus heimischem Anbau kaufen soll und so weiter. Das wird alles heute Abend widerlegt werden. Sie hat es dazu schon publiziert in Transit Online. Das können Sie alles im Netz schon finden, inhaltlich. Und an diesem Buch, inhaltlich mitgearbeitet oder durch die Recherchen unterstützt, hat das Michaela Teuerl vom Institut für Soziale Ökologie an der Universität für Bodenkultur Wien und am Forschungsinstitut für Biologischen Landbau zu Themen der Nachhaltigkeit in landwirtschaftlichen Produktionssystemen mit Fokus auf Energieeffizienz und Klimawandel. Der Satz ist jetzt nicht ganz perfekt geworden. Frau Teuerl ist letztes Jahr promoviert worden für diese Forschungen zur sozialen Ökologie. Ich fasse es mal so ein bisschen weiter. Sie hat gewissermaßen einen bestimmten thematischen Aspekt der Tomaten mit abgedeckt. Sie kennen die verschiedenen Synonyme für Tomaten. Paradeiser, es gibt eine geografische Sprachgrenze, wo man von Paradeisern spricht, rotes Gold. Ich habe gelernt, dass das Wort Tomatel, und jetzt schaue ich sie prüfend an, aus dem Aztekischen, stammt, oder ist das, muss man eine andere Sprache benennen? Ja, ich habe eine Sprache, aber weil ich kein historisches Buch geschrieben habe, habe ich da auch nur ein paar Zeilen darüber geschrieben. Prima. Also jedenfalls meine Grundannahmen sind alle gleich beim ersten Blick in die Pressemappe widerlegt worden. Ich bin tomatenrot angelaufen vor Scham, dass ich so viel Unsinn immer geglaubt habe und habe gedacht, ich habe Tomaten auf den Augen. Wir haben noch hinterher etwas weiteres Ungewöhnliches. Normalerweise gibt es Wine & Cheese. Sie können sich leicht vorstellen, heute gibt es Wine, Cheese and Tomatoes. Aber nicht nur das, sondern es wird auch durch das besondere Engagement von unserem Veranstaltungsevent Bloody Marys geben. Deswegen sehen wir dem Ende der Veranstaltung heute mit vielleicht noch etwas größerer Freude und Ungeduld entgegen. Jetzt habe ich Sie beide hoffentlich korrekt und angemessen vorgestellt. Ich wünsche uns eine interessante Buchpräsentation und übergebe das Wort an Sie, Frau Hendricks. Danke schön, danke für Ihre netten Worte. Es ist für mich ein warmes Bad, um wieder im IWM zu sein. Ich habe hier wirklich eine ganz tolle und interessante Zeit 2013 erlebt. Und jetzt bin ich fünf Jahre später endlich mal wieder hier. Ich würde, wir haben so ein Thema für heute, Nachhaltigkeit. Ich bin noch sehr, sehr froh, dass Michaela Törrel heute mit mir das Zweigespräch führen wird. Zunächst werde ich nicht so lange, aber ein paar Abschnitte zum Thema lesen, damit wir schon mittendrin sind. Es stimmt schon, was Herr Fitsch sagt, dass in meinem Buch werden ziemlich viele Mieten entkräftet. Und das habe ich heute noch bemerkt. Ich war eine Stunde in einer Live-Radio-Sendung von ORF und da haben natürlich sofort böse Leute angerufen. Aber ich habe doch diese Erfahrung und die Frau, die macht bestimmt Promo für niederländische Tomaten. Also lasse ich dann sofort anfangen zu sagen, der Tomatenanbau ist eine Nachhaltigkeitskatastrophe. Und ich mache auch keine Werbung für österreichische Tomaten, aber schon gar nicht für niederländische Tomaten. Und ich habe versucht, Wahrheiten zu finden. Das ist natürlich auch meine Rolle als Journalistin. Und zunächst würde ich ein paar, bis wir ins Thema Nachhaltigkeit runtertauchen, ein paar der meist kuriosen und verblüffenden Fakten auflisten, die für mich selbst in der Recherche eigentlich ziemlich erstaunlich waren. Die erste ist, die nationale Tomate ist eine Illusion. Ich dachte eigentlich, ich recherchiere Tomaten und dann habe ich plötzlich entdeckt, it's the seed stupid. Es gibt eigentlich keine deutschen, niederländischen oder polnischen Tomaten. Es ist nämlich völlig egal, wo das Gewächshaus steht. Die Identität einer Tomate kommt auf die Rasse an, die Sorte. Und die Samen werden dazu multinational gekreuzt, zumeist in Holland. In den Niederlanden wird etwa ein Drittel des weltweiten kommerziellen Tomatensaatzguts verbessert, entwickelt, gekreuzt, na, laut Mendelschen Gesetzen. Alles ganz klassisch, wenn Sie meinen, Sie lesen, was passiert hier auf einer Packung im Supermarkt, garantiert gentechfrei auf einer Tomatenpackung, dann stimmt das schon. Und ich habe dann mal so einen Händler angerufen und sie haben auf ihre Packung garantiert gentechfrei. Na, stimmt doch. Ja, aber sie suggerieren damit doch, dass es auch Tomaten gibt, die überhaupt nicht garantiert gentechfrei sind. Na ja, das ist so ein Werbungsding. Also der Verbraucher wird ständig irregeführt. Es gibt keine genetisch veränderten Tomaten im Handel und wenn es sich gelohnt hätte, dann wären die Holländer bestimmt die Ersten gewesen, um genetisch veränderte Tomaten in den Handel zu bringen, solange es nicht verboten wäre. Aber es hat sich einfach nicht gelohnt. Es gab ein paar Experimente in den 90ern und es wird noch immer in der Wissenschaft, in Laboratoren ein bisschen weiter experimentiert. Aber so, das zu Tomaten. Und die niederländischen Tomaten-Saatgut-Züchter, Veredler, das sind eigentlich auch keine niederländischen Samen, die können eine Ur-Tomate aus Österreich nehmen, ein Samenfest, oder eine wilde, noch eine der wenigen wilden Tomaten aus Italien, oder eine schöne rosa Tomate aus Japan. Die kommen dann alle in den Niederlanden. Ein Kilo dieses Saatguts ist mehr wert als ein Kilo Gold. Und werden dort verarbeitet, also besser gemacht, entweder haltbarer oder geschmackvoller und so weiter. Und die gehen dann wieder um die Welt. Und die Tomaten, die sie hier essen, sind wirklich von den gleichen Samen als die Tomaten, die wir in Deutschland oder wo auch immer Amerika essen. Es gibt zwar sehr viele, aber es ist nicht so, dass es eine prinzipiell österreichische Tomate gibt. So, das ist das Erste. Und das Zweite und Letzte, das hat mit dem Handel zu tun. Mein Buch hat eigentlich angefangen, als ich in Rumänien und Ungarn wahnsinnig für niederländische Tomaten und Paprikas gesehen habe. Und die waren oft billiger als die Einheimischen. Sogar in der Saison, in Rumänien ist die Tomate noch eine richtige Saisonstomate, so weit es sie noch gibt. Denn das ist ziemlich runtergegangen. Und da habe ich mich angefangen, mich zu fragen, wie funktioniert dieser europäische Markt. Da habe ich etwas Erstaunliches entdeckt. Ich habe es kaum glauben können. Die Niederlande sind Weltexportmeister frische Tomate mit Mexiko. Ein Jahr Mexiko, andere Jahr die Niederlande. in Geld ausgedruckt. Aber die Niederlande produzieren nur 5% der europäischen Tomate, geschweige denn weltweit. Nun, wie ist das denn möglich? Es hat wirklich lange gedauert, bis ich das alles in den Griff bekommen habe. Ein Teil der Antwort ist, dass die Tomate zugleich das meist importierte Gemüse in den Niederlanden ist. Also es werden, ja, auf das Zehnfache der Anbaufläche von Österreich 180 Hektare, Holland 1800 Hektare. Also in der Landwirtschaft ist das eigentlich ganz wenig, aber es ist sehr intensiver Anbau in Glasgewächshäusern. Und 90% davon wird exportiert, aber auch die importierten Tomaten werden mit exportiert und die zählen dann alle mit in diese Exportziffer der Niederlande. Also es geht um Handel eigentlich. Und die Folge ist, dass die Tomaten quer durch Europa hin und her reisen, fast auch immer ziemlich identische Sorten. Na, die können aus Spanien kommen und gehen dann über Rotterdam nach Deutschland oder Rumänien oder zurück nach Spanien. Und das ist schon eine sehr spannende Sache, dass ein Land, das eigentlich gar nicht so viele Tomaten produziert, Weltexportmeister ist. Die Niederlande sind auch Weltexportmeister Grapefruits. Grapefruits werden in den Niederlanden gar nicht produziert, um ihre Gedanken mal zu füttern. Ja, und dann werde ich so ein paar Abschnitte lesen aus dem Kapitel Schaden. Mein Buch fängt an beim Samen, geht dann über Gewächshauszucht, Geld und so weiter, bis zum europäischen Markt, über Geschmack, Gesundheit, Arbeit. Und Schaden ist das, sagt man so, das Nachhaltigkeitskapitel. Und ich habe zunächst eine niederländische Fassung des Buches geschrieben. Die habe ich dann auf Deutsch völlig umgeschrieben und ich habe viel mehr Beispiele aus Deutschland und Österreich genommen. Und speziell das Kapitel Schaden spielt eigentlich fast völlig in Österreich und das ist teilweise auch Michaela Törrell zu verdanken. Denn die hat mich auf die Spuren gebracht. Eine sehr, auch wieder sehr erstaunliche Entdeckung. Okay, ich werde vielleicht zehn Minuten ein paar Abschnitte lesen. Ja, die Zettel. Im Internet kursieren mehr Einträge zum Begriff nachhaltig, als es Einwohner von Bayern gibt. Kein Unternehmen scheint heutzutage noch ohne Nachhaltigkeit auszukommen, wenigstens auf dem Papier. Ob Renteversicherungen, Stromanbieter, Autohersteller oder Fluggesellschaften, alle beteuern, wie nachhaltig sie handeln. Auch der Chemieriese Bayer beschwört nachhaltig, Teil unserer Unternehmensstrategie. Da der Begriff gesetzlich nicht geschützt ist, muss man allerdings immer mit Grünfärberei rechnen. Es gibt gerade den Film jetzt im Kino, The Green Lie, Die grüne Lüge. Wo teilweise auch, ich rede auch über RWE und im Film auch, das ist sehr interessant. Der Unilever-Konzern, der weltweit einen Umsatz von 53 Milliarden Euro macht, 2015, wird überall für seine nachhaltigen Ansichten gelobt. Da macht es auch nichts, wenn irgendwo mal etwas bei den sozialkerechten Arbeitsbedingungen schief geht oder wenn die Kosmetikmarke Dove von Unilever als nachhaltig beworben wird, weil sie nach Ansicht von Unilever Frauen selbst sicherer macht. Aber wann ist eine Tomate nachhaltig? Sie sollte möglichst umweltfreundlich, ressourcenschonend und unter menschenwürdigen Arbeitsbedingungen produziert, transportiert, vermarktet und verbraucht werden. Sogar der Tierschutz kann bei der Tomatenproduktion eine Rolle spielen, wie im Fall des Wales, der an der Küste der spanischen Folienlandschaft Almeria angespült wurde. Das Tier war an 17 Kilogramm Plastikfolie erstickt. Ein regionales Forschungszentrum in Spanien hat ausgerechnet, dass in Almeria jährlich 450 Millionen Kilogramm, also 450.000 Tonnen, Gewächshausfolie ins Meer gespült werden. Über den Energieverbrauch von Tomatentreibhäusern würde schon einiges gesagt im Buch, im Gewächshauskapitel. Hier wird nur in einem größeren Zusammenhang auf den Schaden geschaut, den die Tomate der Welt zufügt. Bevor das Wort nachhaltigkeit sich inflatorisch verbreitet hat, sprach man eher vom ökologischen Fußabdruck. Ein Deutscher oder Österreicher, der Gewächshaustomaten isst, lebt in dieser Hinsicht auf ziemlich großem Fuß. Er hinterlässt seinen Abdruck, also den Schaden, nämlich auch dort, wo diese Tomate produziert wurden. Oft betrifft das sogar mehrere Länder, denn die benötigten Grundstoffe für Gewächshaus, der Dünger, die Nährlösung, die Steinwolle oder die Software können von überall kommen. Speziell hinterlassen die Deutschen und Österreicher ihren Fußabdruck in den Niederlanden, weil man so viele niederländische Tomaten isst. Das Erdgas ist schuld daran, dass der CO2-Ausstoß die Achilleshalle der niederländischen Tomaten bleibt und der Deutschen und der Österreichischen. Anders als viele denken, wachsen die Tomaten hier nicht prinzipiell anders als in den Niederlanden, nämlich in einem geheizten Glas-Gewächshaus und im Sommer dann noch ein bisschen in Folien-Gewächshäusern. Also, das macht eine österreichische Tomate auch nicht ganz anders. Viele Österreicher und Deutsche fühlen sich von den Schäden an Klima und Natur bedroht. Das heißt aber nicht, dass sie ihr eigenes Verhalten daran ausrichten würden. Deutschland, Land der Umweltheuchler, titelte die Süddeutsche Zeitung im April 2017. Wer wenigstens im Prinzip sein Leben und seine Konsumgewohnheiten nachhaltiger gestalten möchte, glaubt in der Regel, dass Produkte aus der heimischen Region dafür die beste Lösung sind. Warum? Weil man das überall lesen kann. Das klingt dann etwa so, wie 2014 in der Berliner Zeitung. Lebensmittel von regionalen Erzeugern sind fast immer umweltschonender als zum Beispiel Produkte aus Übersee. In den Medien tauchen dabei oft Worte auf, die irgendwie auf Nachhaltigkeit hinzuweisen scheinen. Reife, Vertrauen, Gesundheit, Freiland. Zu Gesundheitssachen müssen Sie mich später nochmal fragen. Das ist ein bisschen ein Nebenthema, aber trotzdem interessant. Nun sind Obstgärten und Freilandgemüse das eine, aber Tomaten und Paprika und Gurken aus Gewächshäusern etwas anderes. Werden also bayerische oder österreichische Tomaten wesentlich nachhaltiger produziert als ihre niederländischen oder spanischen Schwestern, vorausgesetzt, dass sie nicht nur regional produziert werden, sondern auch vor Ort gegessen? Erste Antworten findet man im bayerischen Knoblauchland. Das werde ich alles nicht lesen. Ich werde es zusammenfassen. Diese Tomaten wurden, da waren so Bilder im Internet, grüner geerntet als üblich. So, das war eins. Was verschwiegen wurde auf der Website, ist die wahnsinnige Mengen meist aus Gas geteugter Energie, die auch benötigt waren, um in Knoblauchland die Tomaten anzubauen. Und dann blieb als Nachhaltigkeitsvorteil des regionalen Standortes eigentlich nur der verringerte CO2-Ausstoß wegen der kurzen Transportwege zum nahen Verbraucher übrig. Um das zu unterstreichen, haben die Erzeuger im Knoblauchsland die jährlichen Einsparungen an LKW-Kilometern gegenüber Importen aus Spanien und den Niederlanden ausgerechnet. Dieser vermeintliche Standortvorteil der Regionaltomaten wird auch in anderen Regionen immer wieder ins Feld geführt, etwa vom umweltbewussten Österreichern. Sie sollten sich mal in Wien bei der Socio-Ökologin Dr. Michaela C. C. war Katharina? Nee? Clarissa Turrell informieren. Denn was stellt sich heraus? Die spanische Sonne macht die Tomaten von der iberischen Halbinsel viel umweltfreundlicher und somit nachhaltiger, selbst wenn sie nach Nürnberg, Wien oder auch Den Haag transportiert werden, als die im Umland dieser Städte in fossil beheizten Gewächshäusern produzierten Tomaten. Das ist das Ergebnis von Michaela Turrells Forschungen. Die Grundlage dafür bildet ihre Studie, die 2008 an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt-Wien entstanden ist, Titel CO2-Bilanz der Tomatenproduktion. Analyse acht verschiedener Produktionssysteme in Österreich, Spanien und Italien. Diese acht Produktionsweisen existieren noch immer und Teurels und Michaelas weiterführende Forschungen haben seitdem keine wesentlich abweichenden Ergebnisse gebracht. Sie erläutert es 2013 in einem winzigen Wiener Straßencafé, wo ich sie interviewt habe. Zitat, zwar kommt ein zeitgenössisches, gut isoliertes Glasgewächshaus im Prinzip mit weniger Chemie und Wasser aus als ein älteres Gewächshaus oder ein Folientunnel, aber dieser Nachhaltigkeitsvorteil wird durch den hohen Energieverbrauch völlig aufgehoben. Michaela Teul hat nachgewiesen, dass der CO2-Ausstoß von LKW-Transporten zwischen den Staaten viel kleiner ist als der aus der Tomatenproduktion in beheizten Glasgewächshäusern, wie man sie auch im Knoblauchland und in der Umgebung von Wien antrifft, eigentlich überall. Das gilt heute noch mehr als 2008, denn damals wurde in den Gewächsräumen noch nicht so häufig belichtet und gekühlt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt im Winter niederländische Tomaten isst, sind sie nicht nur geheizt, sondern auch belichtet und das bringt natürlich noch mehr CO2-Ausstöße und Umweltnachteile. Dr. Teul ist eine rechtschaffende grüne Wienerin, sie arbeitet im Fachbereich Soziale Ökologie der Alpen-Adria-Universität und am Forschungsinstitut für Biologischen Landbau im deutschsprachigen Raum. Sie ist eine Befürworterin der Nachhaltigkeit, aber als Wissenschaftlerin will sie keine Mythen verbreiten, sondern der Wahrheit auf den Grund gehen. Deswegen hat sie den CO2-Fußabdruck von acht verschiedenen Produktionsmethoden analysiert und berechnet. Die Idee ist gut, Tomaten aus allen acht Anbauarten sind tatsächlich in Wiener Supermärkten erhältlich. Bei den ausländischen Tomaten rechnet Teul noch den Transport hinzu. Und dann ergibt sich, dass trotz der Distanz von 2700 Kilometern ein Kilo spanischer Tomaten aus ungeheizten Plastik- oder Foliengewächshäusern, wenn es in Wien gekauft wird, dreimal weniger CO2-Emissionen verursacht als ein Kilo Tomaten aus einem modernen, beheizten Gewächshaus in der Nähe von Wien. Ein Kilo Dosentomaten aus dem italienischen Apulien schneidet schon besser ab als die Durchschnittstomaten aus der Untersuchung. Solche Tomaten wachsen von alleine draußen auf Plantagen. Aber auch für die Liebhaber von frischen Tomaten aus der österreichischen Heimat gibt es eine gute Nachricht. Den geringsten CO2-Ausstoß, ganze 85% unter dem Durchschnitt, haben Tomaten aus dem kalten Folientunnel und so Teul. Die findet man überwiegend in Burgenland und in der Steiermark. Und ja, das gilt sowohl für konventionelle als auch für Bio-Tomaten. Der Verzehr von Saisontomaten zahlt sich also ökologisch betrachtet am meisten aus. Nur bekommt man diese im Wiener Supermarkt recht selten. Und das ist vielleicht auch besser so, denn die Sache hat leider einen Haken. Die CO2-Belastung durch den regionalen Transport ist verhältnismäßig groß. Bei den unbeheizten Folientunnel-Tomaten ist sie für 80% der Emissionen verantwortlich. Das ist, weil es so klein, das sind nicht die tonnenweise Massenproduktionen, aber kleinere Transporte. Bei der Saisontomate aus dem Burgenland spielt also der Transport dann doch relativ betrachtet eine negative Rolle. Wie genau das funktioniert, wird noch erklärt. Michaela Teul hat einen gut anwendbaren Indikator für den ökologischen Fußabdruck der Tomate erfunden. Die ausgestoßenen Treibhausgase sind schließlich als Ursache für die Erderwärmung ein wichtiger Gradmesser für Nachhaltigkeit. Und Teuls Ergebnisse, habe ich dann später weiter recherchiert, korrespondieren mit denen aus zahlreichen anderen internationalen Untersuchungen. Auch in den Niederlanden hat man 2010 ausgerechnet, dass der CO2-Fußabdruck von Tomaten aus heimischen Gewächshäusern durchschnittlich zweimal so groß ist wie von spanischen Tomaten. Das heißt nicht, dass die Transporte völlig unbedeutet sind, darüber werden wir dann später reden. Ich gehe mal ein Stück weiter. Aus Teuls späteren Untersuchungen wie auch aus verschiedenen Forschungen anderer Wissenschaftler ergibt sich noch ein anderes spannendes Ergebnis. Egal welches Verkehrsmittel genutzt wird, es sollten besser hunderttausende von Tomaten gleichzeitig transportiert werden als nur ein einziges Kilo. Massenhafte Transporten, sogar per LKW, bedeuten pro Tomaten weniger Energieverbrauch und somit weniger CO2-Ausstoß. Es kommt allerdings noch überraschender. Wer für ein Kilo-Saison Tomaten mit dem eigenen Wagen zum heimischen Markt fährt, verbraucht insgesamt mehr Ressourcen als jemand, der mit dem Fahrrad zum Supermarkt fährt, um dort Tomaten beliebiger Herkunft zu kaufen, egal ob aus Bioanbau oder nicht. Seine Tomaten online zu bestellen ist nicht besser, denn für die Lieferung fährt ja auch ein Kleinlaster seine Runde. Die niederländischen Gartenbauern meinen, dass man auch andere Kriterien mit in Betracht nehmen soll. Zum Beispiel Wasser. Ich fasse es zusammen. Dann schneidet zum Beispiel die spanischen Tomaten wieder viel schlechter ab, denn da wird sehr viel Wasser gebraucht, das die Naturgebiete zerstört. Da gibt es Wassermangel. In den Niederlanden gibt es keinen Wassermangel. Hinzu kommt, dass bei der geschützten Zucht aus einem Glasgewächshaus ohnehin viel weniger Schädlinge zu bekämpfen sind, als in einer weniger geschützten Kunststoff- oder Folienbehausung, wie zum Beispiel in Spanien. Geschützt, weniger Schädlinge. Wenn es möglich ist, wird heute biologische Schädlingsbekämpfung angewendet. Chemische nur dort, wo unbedingt notwendig. Das funktioniert auch deswegen, weil widerstandfähigere Rassen benutzt werden und weil die Züchter und ihre Spezialisten gewöhnlich über ein ansehnliches technisches Know-how verfügen. Zugleich versucht man die Mittel gegen Schädlingsplagen mehr und mehr in der Samenveredelung. Zum Beispiel hat eine holländische Wissenschaftlerin in einer wilden Tomaten-Sorte ein Gen entdeckt, das für die weiße Fliege ziemlich unangenehm riecht. Die weiße Fliege ist ein Problem in der Monokultur des Tomaten-Gewächshauses. Also der Einsatz von Rassen mit solchen günstigen Eigenschaften ermöglicht es, Insekten ohne den Großeinsatz chemischer Mittel zu bekämpfen. Dann die Bio-Tomaten. Die wachsen auf Erde, anders als die meisten Tomaten. Die wachsen auf Substrat in einer Plastikpackung und darin ist dann entweder Kokosfaser oder Steinwolle. Das hält nur die Wurzeln fest. Das bringt ansonsten gar nichts. Und so werden die dann ernährt mit allen möglichen guten Stoffen. Und die Bio-Tomaten, die bekommen diese Stoffe auch eigentlich in angereicherte Erde. Es ist selten die Erde, die zufällig dort rumliegt. Aber die holt man dann auch sonst woher und reichert die genauso an. Auch die Zucht auf Substrat, also auf einem Untergrund aus Steinwolle, Perlit oder Kokos, ist im Prinzip nachhaltiger als die auf Erde. Das klingt paradox, weil Erde in der Regel mit biologischem Anbau assoziiert wird. Ist biologisch denn nicht nachhaltiger? Nicht in jeder Hinsicht. Totes Substrat macht Tomatenkrankheiten oder Schädlingsbefall besser beherrschbar, als es die lebendige Erde tut. Fazit? Mehr Ertrag und wenige Pflanzenschutzmittel. Die Bio-Tomate ist ein widersprüchliches Ding, wenn es um Ressourcen und Umweltschäden geht. Bei Heizung ist nach den geltenden Richtlinien nur zu Jungpflanzenzucht und zum Schutz gegen Frost erlaubt. Ich habe später entdeckt, dass das gar nicht stimmt. Darüber reden wir vielleicht noch, dass auch Demeter-Gewächshäuser geheizt werden, wenigstens in Deutschland. Vielleicht gibt es verschiedene Standards. Also die grundlegenden Nachhaltigkeitsvorteile sind dann der Einsatz organischer Schädlingsbekämpfungsmittel, aber die sind auch nicht immer schadenfrei. Aber im Bio-Anbau braucht man viel mehr Raum. Und das ist wieder nicht effizient. Forschungen des Leih-Wageningen, Universitäres Instituts, weisen aus, dass Bio-Tomaten wegen des hohen Flächenverbrauchs doch noch relativ viel CO2-Ausstoß verursachen. Außerdem ist der Verbraucher, der das ganze Jahr Bio-Tomaten essen will, auf Importen aus wärmeren Ländern angewiesen. Die weiten Transportwege sind zwar, wie gesagt, nicht das größte Nachhaltigkeitsproblem, doch Bio-Importe aus einem Land mit Wassermangel oder mit menschenunwürdigen Arbeitsbedingungen, wie in Nordafrika, Spanien, sind zumindest problematisch. Also, wer wirklich etwas für das Wohl der Erde tun möchte, der isst am besten nur Saison-Tomaten aus unbeheiztem Anbau, Bio oder nicht, beide haben ja Umweltvorteile und besorgt sich diese mit dem Fahrrad. Michaela Torl weist darauf hin, dass diese Saison-Tomaten wegen der Ertragsstabilität größtenteils unter Folien wachsen und nur die wenigsten im Freien. Sie redet dann von Österreich, aber das ist anderswo nicht prinzipiell anders, denn die Tomatenpflanze mag keine kalten, nassen Füße. Trotzdem ist die Idee hartnäckig, es ist Frühling. Hurra, da kommt die Freilandtomaten. Das liest man in Deutschland, in Österreich, sogar in den Niederlanden. Diese Freiland-Idele, die ist sehr hartnäckig, aber ich zitiere jetzt Michaela Torl, Bio ist im Prinzip zum Beispiel gerade kein Freiland. Da gibt es Schädlingsprobleme, die man nicht bekämpfen kann. Nach Angaben von Statistik Austria wurden in Österreich 2015 nur auf acht Hektar Freilandtomaten angebaut. Ich rede hier nur von der Erwerbsmäßigen Anbau, also für den Handel. Nicht was in ihre Oma's Garten noch hinzuwächst. Also alles, was verkauft werden kann und verkauft wird. Nur acht Hektar Freilandtomaten gegenüber 181 Hektar in Österreich Tomatenunterglas oder Folie. In den Niederlanden sind es etwa 1800, also das Zehnfache. Und jetzt kommen wir zum Schluss zu Bad Blumau. Interessantes Beispiel. Und dann werde ich Michaela um ihre Reaktion bieten. Diese Hektare Information stammt aus der Antwort auf eine parlamentarische Anfrage, die die österreichischen Grünen und ihre Freunde von der Bürgerinitiative Schützt Bad Blumau im Jahr 2016 gestellt haben. Die Fragen betreffen die Erweiterung einer Gewächshausanlage in der Steiermark. Die Initiatoren der Anfrage wollen diese verhindern, wie zuvor schon vergeblich, den ersten Teil dieses Glasgewächshauskomplexes. Dabei berufen sie sich explizit auf Toils Untersuchung von 2008 über die CO2-Bilanz der Tomatenproduktion und erwecken damit den falschen Eindruck, dass Toil aus Nachhaltigkeitsgründen für mehr Freilandtomaten plädiert habe. Was am meisten überrascht, ist, dass die geplante Ausbreitung der Firma Frutura in Bad Blumau nach Toils Untersuchungen geradezu ideal erscheint. Ein groß angelegtes, effizientes Hightech-Gewächshaus, das keine fossile Energie verbraucht. Denn Frutura, eine Erzeugerfirma von Landwirten aus der Region, nutzt Wärme aus der Tiefe der Erde. Das ist zwar ein Energietupus, von dem Toil in ihrer Studie nicht spricht, Ich denke, der Geothermik spielte damals kaum eine Rolle. Aber das Thermalwasser, das über eigene Bohrungen aus der Tiefe geholt wird, generiert etwa so wenig CO2 wie die kalten Folientunnel im Burgenland. Also nachhaltiger im Sinne von Klimaschön und der Erneuerbare Energie geht das im Gewächshaus kaum. Frutura nutzt die Erdwärme für die kansjährige Produktion von Tomaten, also für die Beheizung, auch für die Belichtung und von Paprika und Kurken. Nur für den Notfall hält man noch Gas parat. In der Parlamentarischen Anfrage ist die Rede von industrieller Gemüseproduktion. Das ist zwar eine neutrale Andeutung, aber in Zusammenhang mit Formulierungen wie Aufvlies mit flüsslich Dünger in künstlich beleuchteten und beheizten Glashallen produziert und bodenungebundene Nährlösungskulturproduktionskonzentration soll man offenbar einen übelen Beigeschmack bekommen. Vielzakend ist zudem die formulierte Frage nach den Konsequenzen für die kleinbäuerliche Gemüseproduktion. Auf der Website der Bürgerinitiative Schützt Bad Blumau wird klar, dass die Ängste eigentlich weniger mit der Produktionsweise als mit ihren Volken zu tun haben. Futura könnte so viele Tomaten erzeugen, dass kleine Züchter um ihre Existenz bangen müssen und die Region vor einem Strukturwandel steht. Auch das könnte man unter Nachhaltigkeit einordnen, wie auch die Sorge um die Wasserquellen für das nahegelegen Thermalbad des Kurortes oder die Zerstörung des Landschaftsbildes. Also, in Bad Blumau stehen sich zwei Parteien gegenüber, die sich beide auf das attraktive Argument nach Haltigkeit berufen. Das ist einerseits die Firma Futura, regional wird bei uns groß geschrieben, und das sind andererseits Bürger, die meinen, dass Regionalität eher klein geschrieben wird. Ihr Widerstand wird von Kleinbauern, der Landwirtschaftskammer, Tourismusverbänden und anderen unterstützt, die Interesse am Erhalt des Status Quo haben. Futuras Erweiterungsbau ist mittlerweile offiziell genehmigt worden. Das Unternehmen wird einen ansehnlichen Beitrag zur österreichischen Tomatenproduktion liefern und das ressourcenschonend auf einer Fläche von nur etwa 25 Hektar. So müssen die Österreicher ganz jährlich viel weniger von den unbeliebten Importtomaten wie die niederlandischen Wasserbomben kaufen. Sie haben sogar die Wahl zwischen bio- oder konventionell. Später kommen wir noch wahrscheinlich über das Thema Loco für Loco, aber ich habe eigentlich schon reichlich lange gelesen und ich möchte dich jetzt mal fragen, auf einige Sachen zu reagieren. Vielleicht macht es Sinn, um bei dieser Bad Blumau anzufangen? Oder wie du selber meinst? Bevor wir überhaupt anfangen, also ich möchte dich kurz nicht vorstellen, weil ich bin keine rechtschaffende Wienerin, sondern ich bin eine Ost-Tirolerin. Und das tut der Ost-Tiroler Seele total weh, wenn man als Wiener bezeichnet wird oder Wienerin. Aber das macht nichts. Es war auch eher als Witz gemeint. Das habe ich schon verstanden. Und zu deinem Anliegen, also Bad Blumau ist, ich weiß nicht, können wir schon anfangen, aber vielleicht soll man eigentlich auch, weil ich habe in meiner Arbeit, vielleicht erzähle ich kurz, wie ich zu meiner Arbeit gekommen bin. Also da war ich noch Studentin, sehr engagiert und habe den Film We Fit The World gesehen und da habe ich dann ein Interview und der hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe dann ein Interview mit dem Erwin Wagenhofer gelesen oder gehört, ich kann mich nicht mehr erinnern. Und der hat irgendwie angefangen, über Märkte einen Film zu machen. Und dann hat er die Tomate am Wiener Naschmarkt gesehen und hat dann irgendwie herausgefunden, dass die eigentlich gar nicht aus Wien kommt, sondern aus Spanien. Und dann ist diese Holt-Eck-Idee von der Tomate und von Märkten zum We Fit The World gegangen. Und dann habe ich mir gedacht, wenn der Wagenhofer das kann, dann kann ich das auch. Und so ist dann die Idee entstanden, einfach zu schauen, was wird in Wiener Supermärkten gegessen. Und die Idee war, dem Konsumenten dann Hilfe zu geben, also dass man den CO2-Fußabdruck von den verschiedenen Anpausystemen eben kennt, dass der dann unterscheiden kann oder die Konsumenten unterscheiden kann, okay, will ich jetzt eine Tomate aus Wien mit einem hohen CO2-Fußabdruck kaufen oder eine aus Spanien mit einem niedrigen CO2-Fußabdruck. So entstand eigentlich die Idee, diese unterschiedlichen Systeme miteinander zu vergleichen. Und ich habe Spanien und Italien deswegen als Referenzländer sozusagen verwendet, weil in Österreich die meisten Tomaten, damals zumindest, das wird sich heute nicht wesentlich verändert haben, aus Spanien und Italien importiert wurden. Genau. Was war für dich selber das meist erstaunliche Ergebnis dieser Untersuchungen? Ich kann es gar nicht mehr sagen. Ich glaube, mich hat wahnsinnig fasziniert diese Gewächshaustechnik. Also diese unterschiedlichen Gewächshäuser, es gibt ja nicht nur drei Arten, sondern es gibt ja, ich weiß nicht, zehn oder so. Und auch in Spanien gibt es ja unterschiedliche Dunkel. Einfach diese wahnsinnigen gesellschaftlichen, also diese Innovation, das hat mich am meisten fasziniert. Und dann auch, dass die Gewächshäuser beheizt werden. Und in Österreich ist es ja so, dass zu dem damaligen Zeitpunkt war halt Wien sehr präsent mit Beheizung. Und da gab es eben nicht mit Erdöl die Heizung, sondern teilweise Erdgas und teilweise eben die Müllverbrennungsanlage. Also wurde die Abwärme genutzt, um zu heizen. Und das hat mich eigentlich am meisten fasziniert. Genau. Und dann halt auch die Unterscheidung zu den biologischen Systemen, wo man eben nicht wirklich heizen darf. Und diese Frostfreihaltung gilt, glaube ich, für die fossilen Energieträger. Also man kann Bio-Tomaten schon mit zum Beispiel Hackschnitzeln beheizen. Was natürlich keinen Sinn macht, weil es relativ teuer ist und nur ganz wenige Betriebe dann auch machen. Hast du auch gefunden, was ich dann später entdeckt habe, dass es ging um einen großen Demeter, ziemlich bekannt Demeter hier auch, Gewächshaus in Brandenburg. Und da wird einfach geheizt. Und das stand auch einfach auf der Webseite. Es stand zwar 80 Prozent Holz, hoffentlich, und 20 Prozent Gas. Nun ist gerade überall in Diskussion, dass gerade Holz, das weißt du wahrscheinlich viel besser als ich, auch sehr viel Zeit, oder noch mehr sogar CO2 ausstößt, als Gas, wenigstens auch sehr unnachhaltig ist. Aber es sind erneuerbare Energieträger, von dem her glaube ich, ist es wahrscheinlich nach Bio-Anbaurichtlinien in Deutschland erlaubt. So wie in Österreich eigentlich auch. Man macht es halt. In Bioproduktion. Aber es wird auch mit Gas beigeheizt. Aber welches Gas ist? Ist es Biogas oder ist es... Ja, ich schreibe im Buch, wie ganze Landschaften von den Bio... Wie heißt das? Wird Mais angebaut, sehr gespritzt für diese Biogasanlagen. Dass das auch eine Umweltkatastrophe ist. Genau. Das ist halt die weitere Folge. Das kann man... Also ich glaube, das ist eine sehr komplexe Debatte, die wir da führen. Weil ich meine, es ist schon gut und recht, auch die Abwärme zu nutzen. Aber eigentlich ist es dann... Oder gerade bei einer Biogasanlage gibt es halt dann auch wieder für die Biobauern, wenn die selber Biogasanlage bauen, haben die eigene Bestimmungen. Und das macht ja... Irgendwie macht ja dann wieder keinen Sinn, dass dann konventionelle eben Reststoffe von Weizen oder so verwendet werden, um die biologische Produktion sozusagen anzutreiben. Aber auf der anderen Seite wollen wir auch nicht die Abfälle wegwerfen. Also es macht auch Sinn, die Abfälle thermisch zu verwerten. Von dem her... Nein, die Abfälle, die sind schon da. Das ist was anderes, wenn man spezielle ganze Landschaften mit Mais anbaut, Energie-Mais. Und sonst kann da auch nichts mehr wachsen. Und man möchte nicht, dass dort Tomaten im Freiland angebaut werden, auf dieser verseuchten Erde. Das ist klar. Und das gibt es natürlich nicht nur in Brandenburg. Und... Lass uns mal ganz konkret werden. Du wurdest zitiert eigentlich von diesen Bad Blumau-Gegnern. Und ich habe das gelesen und ich dachte, was dieses Futura will, effizient, erneuerbare Energien und dann massenhafte Tomaten, das passt nun gerade in deiner Strategie. Ich bin sehr gespannt, wie du darauf zurückblickst. Ich glaube, es ist nicht meine Strategie, den industriellen Gemüsebau, den Intensiv-Gemüsebau zuzusprechen, sagen wir mal so. Aber das Bad Blumau finde ich grundsätzlich einmal keine schlechte Idee. Also ich finde, das ist schon okay, wenn man sagt, man möchte ein Gewächshaus regional produzieren. Ich finde halt, es wäre halt, durch das, dass es ein Landwirt schafft, dass es drei, also Futura sind da drei Bauern, Landwirte, die sich zu Futura zusammengeschlossen haben. Und was mich halt irgendwie ein bisschen, und ich glaube deswegen, das war auch ein großes Anliegen von den Grünen damals, dass es einfach keine Umweltverträglichkeitsprüfung gegeben hat. Und das finde ich, das muss einfach sein bei so einem großen Projekt. Ich meine, das sind nicht nur zwei Hektar, sondern es sind 25 Hektar. Und das finde ich zum Beispiel, das wäre meines Erachtens schon okay, dass die Grünen daran gesagt haben, ja okay, wir zitieren die Studie, weil es gibt sonst keine, auch wenn die jetzt nicht Geothermie berücksichtigt hat, weil es war überhaupt kein Thema eigentlich vor zehn Jahren. Es ist neu. Genau. Und natürlich kann man sich auch die Frage stellen, ist es jetzt, okay, wer profitiert von lokaler Produktion? Arbeitskräfte, das ist ja immer das Totschlagargument, wir schaffen Arbeitsplätze, okay, das finde ich auch gut, dass man damit Arbeitskräfte oder Arbeitsplätze schafft. Wobei in den Tomaten- und Gewächshäusern überall meist keine einheimischen Menschen arbeiten. Das kann ich jetzt, bei Futura kann ich das nicht sagen, aber... Darüber schreibe ich auch ein Kapitel, das ist auch einer der komischen Widersprüche. Ja, aber das darf man eben auch nicht so verurteilen, weil ich glaube, also ich möchte ganz allgemein sprechen, nicht nur Futura-spezifisch, aber die Betriebe, die österreichischen Bauern, die geben sich ja große Mühe irgendwie auch zu produzieren und natürlich spielt der Preis da Rolle und sie können halt versuchen halt auch den Preis dann so zu produzieren, dass der Preis dann die Kosten und so weiter abdeckt. Und wenn man dann auf Saisonarbeitskräfte aus Ungarn zugreifen kann, dann finde ich das auch legitim. Zum Schluss, und dann lassen wir zunächst mal Publikum Fragen stellen, auch an dich. Wieso ist es eigentlich so, dass eine Tomate, die von hier kommt, eine aus der Region, ist eigentlich unlogisch. Mehr kostet als eine Tomate von weit weg. Handelsbeziehungen, denke ich mir. Also ich weiß nicht, wie viel, ich glaube, es kommt immer auf die Menge an. Wenn da viel produziert wird, sind die Preise günstiger. Und das ist halt das Problem, das ich halt, oder Problem, es ist kein Problem, sondern es ist eine gesellschaftliche Herausforderung, der man sich eigentlich auch stellen muss und über die man diskutieren muss, weil Bad Blumau ist ein riesengroßes Projekt und natürlich, man muss auch dazu sagen, die exklusiv Abnehmrechte hat Spar. Das heißt, es steht eigentlich eine Supermarktkette dahinter. Die erwarten sich eine gewisse Qualität und bieten einen gewissen Preis. Da muss man halt schauen, okay, also die kleinen Strukturen dürfen meiner Meinung nach dann auch nicht verletzt werden. Es kann dann nicht sein, dass dann kleine Betriebe aufhören. Also das kann man diskutieren, wollen wir das als österreichische Landwirtschaft? Das ist die Folge natürlich. Nein, das weiß ich nicht, ob das unbedingt die Folge sein muss, aber man muss es, glaube ich, offen diskutieren. Und vor allem, es gibt ja dann noch die Rewe, die auch ein anderes Projekt, ich glaube, das ist in Niederösterreich, betreibt, wo die die Exklusivrechte auch wieder für so ein großes Projekt haben und die auch unter den gleichen oder vielleicht sogar noch neuere, innovativere Gewächshäuser oder Gewächshaustechnologie haben. Aber da muss man sich die Frage stellen, wenn es dann irgendwie mehrere große Projekte gibt, die im Prinzip dann die ganze Produktion für den österreichischen Markt beschaffen, dann hat es natürlich irgendwie Folgen für kleinstrukturierte bäuerliche Strukturen und diese Folgen kann man aus meiner Sicht auch jetzt noch nicht wirklich abschätzen. Ich sage als letztes dazu, dass es eigentlich nicht so viele Gründe hat, dass eine Tomate von hier teurer ist. Ja, wenn die Produktion kleiner ist, ist die Produktion auch teuer. Aber es ist einfach auch so, dass man, ich habe schon gesagt, der Geschmack wird an erster Stelle von der Rasse bestimmt. Die Rassen sind überall gleich. Es gibt nicht so viel, ich sage es provozierend, es gibt nicht so viel Grund, um für eine Tomate von hier in der gleichen Art Gewächshausproduktion, als in den Niederlanden mehr Geld zu fragen. Einfach, die Leute möchten einfach mehr bezahlen für eine Tomate von hier. Es ist auch ein Handelsgesetz. Das stimmt schon. Also die können es teurer verkaufen, weil die Konsumenten bereit sind, an höherem Preis für regionale Produkte zu bezahlen. Ja, das ist sicherlich richtig. Ja. Bitte, brennen Sie doch los mit Ihren Fragen, Bemerkungen, Kritik. Mein Name ist Peter Drott, ich finde das sehr interessant. Ich glaube, dass mit dem Preis, mit der Preissetzung, es ist natürlich für die Konsumenten, wie Sie vorhin gesagt haben, vollkommen unmöglich zu wissen, woher die Tomaten kommen. Und daher werden die Konsumenten ganz einfach blauäubig glauben, das ist von hier und dabei kommt das von Spanien oder von irgendwoher. Das Anbauland steht zumeist korrekt gemeldet von den frischen Tomaten, nicht von den Samen, aber von den Tomaten schon. Wird korrekt gemeldet. Tomate aus den Niederlanden, das muss auch, das ist Pflichtsache in der EU. Na gut, aber dann ist da immer noch das Problem, dass also diese Idee den Konsumenten unterbreitet wird durch Medien und so weiter. Es kauft ihr Bio, kauft ihr Lokal, und wenn ihr das wollt, dann zahlt ihr mehr dafür. Und das ist anscheinend eine Augenauswischerei oder auch fast schon betrügerisch, weil es geht ja immer um Profit. Und wie kann man die Konsumenten ein bisschen besser aufklären? Das wird niemand machen, weil die wollen ja alle Geld verdienen. Willst du darauf reagieren? Ja, also ich denke, das ist einfach unser kapitalistisches System. Es geht ums Geld im Prinzip. Und ich finde es wahnsinnig schwierig, auch für den Konsumenten, weil es ja für mich schon schwierig ist, diese verschiedenen Systeme miteinander zu vergleichen und überhaupt zu wissen, dass es diese unterschiedlichen Systeme gibt. Aber ich denke mir, was vielleicht auch viel wichtiger ist als diese genauer Details zu den Systemen, ist für mich persönlich, ich habe viel darüber nachgedacht, aber auch vielleicht mehr den Konsumenten aufzuklären, woher die Tomate kommt. Also ob da wirklich, muss man jetzt dann wie das große System unterstützen? Oder kann ich einen Kleinbauer unterstützen, einen Familienbetrieb zum Beispiel? Und das läuft halt meistens dann über Direktvermarkt zum Beispiel. Es gibt viele Leute, die sagen, ich möchte eine bestimmte Familie unterstützen, einen Betrieb unterstützen und dann nehmen sie halt Bio-Kistel oder sie kaufen direkt am Hof. Also so kann man sich schon da kann man sich auch das Produktionssystem anschauen. Also so würde ich dann eher die Konsumenten informieren. Aber dann redest du von der Saisontomate, nicht wahr? Eigentlich. Naja, aber... Ja, aber es gibt durchaus, ich weiß nicht, wenn mir das egal ist als Konsument, dann ist es mir sowieso egal, aus welchem System das kommt. Aber wenn ich ein bewusster Konsument bin, dann kann ich mich fragen, will ich jetzt diese großen Strukturen, Rewe und Spar, was total legitim ist, finde ich, ja, man muss halt nur den Konsumenten aufklären, dass eben diese Strukturen dahinter stehen und nicht der kleinbäuerliche Freilandtomate. Also da gebe ich dir recht. Aber die Freilandtomate, die gibt es kaum. Bitte, Herr Schwarz. Ja, zwei Fragen. Die erste ist, Ihre Idee, die Gefühle... Oh, eine Sekunde, das Mikrofon. Danke. Die erste Frage, ich habe jetzt ein Gefühl dafür gekriegt, für relative Verhältnisse, spanisch versus österreichisch, CO2-Footprint von Transport versus Produktion. Aber was ich vermisse noch die Frage ist, wie gut oder schlecht ist denn die Tomate jetzt eigentlich im Vergleich zu... Wenn ich sage, ich möchte nach wie vor Gemüse essen, muss ich ja irgendwie eine Vergleichsgröße haben. Wie groß ist der CO2-Footprint von Tomaten in absoluten Zahlen im Vergleich zu anderen Produkten, vielleicht auch im Vergleich zu Fleisch. Das wäre das eine, um das ein bisschen zahlmäßig einzuordnen. Das zweite ist natürlich, ist diese Thematik sehr schwierig und auch analytisch schwierig aufzubereiten. Es gibt jede Menge Labels mittlerweile und Firmen, die gut damit verdienen, Labels auszustellen. Aber ich glaube, es gibt noch kaum eine europäisch anerkannte, übergreifende Systematik, die man verwenden könnte, um Konsumenten zu unterstützen bei einer ordentlichen Wahl von Produkten. Obwohl das eigentlich möglich wäre. Ich glaube, in vielerlei Hinsicht lassen sich durchaus Systematiken, Analytik aufbauen, die das zulassen würde. Aber dazu bräuchte es einen einheitlichen Standard. Warum gibt es denn eigentlich noch nicht? Oder ist sowas in Entwicklung? Das sind mehrere Fragen jetzt in einem gewesen. Also zu dem letzten Jahr, es wird auf europäischer Ebene der Product Environmental Footprint, da gibt es Bestrebungen, mehrere Umweltindikatoren zu harmonisieren mit einer gemeinsamen Methodik für verschiedene Produktgruppen. Das Argument ist halt da immer statt, es ist immer noch in der Testphase, aber das wird sehr bald abgeschlossen, das Projekt. Also das sagen sie schon seit drei Jahren, aber wie auch immer. Also es sind halt langwierige politische Prozesse, die dahinter stehen, weil es auch irgendwo den Wettbewerbsvorteil für Firmen fördert oder den Wettbewerbsnachteil. Also ich finde die Idee grundsätzlich eben gut, deswegen habe ich auch in meiner Diplomarbeit das so gedacht, dass das cool ist. Aber im Endeffekt würdest du dann möglicherweise am Kleinbetrieb einen höheren Fußabdruck geben als am Großbetrieb. und das hätte dann andere Folgen. Also es muss man sehr vorsichtig sein mit so einer harmonisierten Methodik, das ist das Erste. Und zu den absoluten Zahlen, das ist total interessant. Also wir liegen bei einer beheizten Simmeringer Tomate, also mit Wärme, also die beheizt ist mit dem Gas aus der Milchverbrennungsanlage. Die übliche Tomate eigentlich, kann man schon sagen, auch in Österreich. Fernwärme, ja, Entschuldige. Ich habe mir jetzt nur das englische Wort eingefallen. Die liegt so bei 1,2, 1,5 Kilogramm CO2-Aquivalent pro Kilogramm Tomate. Und der Vorteil von der Ökobilanz ist eben, dass ich das dann mit einem anderen Kilogramm Tomaten vergleichen kann. Und der liegt bei, ich weiß jetzt nicht so, 85 Gramm CO2-Aquivalente pro Kilogramm Biotomate. Wobei eben von diesen 85 Gramm, das haben wir vorhin irgendwie gut, du hast es vorhin kurz angesprochen, da kommt der Großteil eben aus dem Transport, weil bei dem Fußabdruck kann ich eben, und es ist ja total wichtig gewesen, auch die gesamte Wertschöpfungskette zu betrachten, also nicht nur das Gewächshaus und der Anbau und die Beheizung, sondern eben auch die Verpackung und die Transportwege, die halt, und deswegen, und zum Beispiel diese Tomate aus Spanien, wenn ich mich so recht erinnere, liegt bei 0,6 Kilogramm CO2 und 400 Gramm, also 0,4 Kilogramm kommen rein aus dem Langstreckentransport. Deine Arbeit ist auch online verfügbar. Wenn es interessiert, eine Kopie habe ich sogar da, aber die Arbeit ist online. Und kannst du noch was sagen zum Unterschied oder willst du was sagen zum Unterschied, das kann ich nicht, Tomaten, Paprika, andere... Oh ja, die Fleischfrage. Fleisch. Das ist auch sehr, also ich wollte das heute nicht auf das Fleischthema lenken, aber im Prinzip beim Fleisch, beim Rindfleisch sind wir ungefähr bei 17, 18 Kilogramm CO2 pro Kilogramm Rindfleisch. Also die Verhältnisse sind dann schon ordentlich. Ja, ich bin auch noch so, ich war ja nicht mit Tomaten vergleichen, das ist nun wieder ein bisschen... Nein, also, also bei uns jetzt einmal nicht. Gut, in der Hinsicht. Ich kann noch eins hinzufügen, weil, das ist auch so, sag mal, grüne Lüge, dass wenn Restwärme benutzt wird, na, als ein Kraftwerk oder so, das ist oft als Etikett für, ein Persilschein für Greenwashing. Denn die fossile, wie heißt das, die fossile Energie ist schon benutzt und dann sagt man, aber toll, die Tomate wächst, bekommt ihre Wärme aus Restwärme von von einer Fabrik oder Kraftwerk. Und das meist absurde Beispiel habe ich am Niederrhein erlebt. Da gibt es ein riesen Tagebaugebiet, da ist ein RWE hat dort aus dem Tagebau ihre Braunkohle nimmt und zerstört damit auf alle möglichen Weise, nicht nur CO2-Ausstöße, die Umwelt und die Natur und natürlich auch die Lebensweise der Menschen in den Dörfern, die dazu weichen müssen. Und in den Niederlanden war, es war ein deutsch-niederländisches Grenzprodukt, Projekt am Niederrhein, ich beschreibe das auch, wird damit geworben, nachhaltige Tomaten und wurde so eine Promotour quasi gemacht und dann habe ich auch geschrieben wie nachhaltige Tomaten aus dem Tagebau also man muss immer bedenken, dass auch was man oft liest die Weiterbenutzung, wir haben schon von Biogasanlagen gesprochen es wird zu leicht heute von Nachhaltigkeit gesprochen wo eigentlich keine Nachhaltigkeit besteht ich weiß nicht so genau der Nachhaltigkeitsbegriff ist halt nach wie vor noch nicht definiert im Prinzip da kann jeder seine eigene Definition von Nachhaltigkeit treffen bitte da war ein Herr da ja nacheinander ich hätte zwei Fragen das eine zur Transparenz für den Konsumenten ob sie das befürworten würden, dass man da auch mehr die Information über die Saisonalität mehr aufklärt, also dass man mehr darüber aufklärt, ob es besser ist auf die Saisonalität also wann man Tomaten essen sollte oder kaufen sollte und wann nicht ob das einen Unterschied macht auch bei den beheizten Glashäusern wenn es saisonale Tomaten sind im Vergleich zu Tomaten über den Winter und dass man die Konsumentenaufklärung in die Richtung lenkt dass man eben über den Winter dass es weniger nachhaltig ist da auch Tomaten zu kaufen und zu essen also unabhängig vom Produktionssystem mehr den Faktor Saison in die Konsumentenaufklärung einbringt und die zweite Frage zu den Samen in Österreich biologisch produzierte Tomaten kommen da die Samen auch aus den Niederlanden das wäre ja noch eine konkrete Frage die kann ich sehr schnell beantworten denn die Bio Tomate ist genauso eine Industrie und die Tomaten werden genauso verbessert entwickelt und so weiter und sind auch nicht genetisch prinzipiell anders als nicht Bio Tomaten in dem Sinne schmecken sie auch nicht besser oder schlechter obwohl viele Österreicher meinen da gibt es schöne psychologische Untersuchungen wenn man meint dass eine Tomate Bio ist schmeckt es schon da passiert was im Gehirn schmeckt schon besser aber es gibt natürlich von beiden Sorten konventionelle und Bio Samen welche die besser schmecken und welche die schlechter schmecken das gleiche gilt für den Unterschied zwischen Samenfeste Sorten die so weitergegeben werden und fast alle Tomaten die wir kaufen Bio oder nicht auch auf dem Wochenmarkt im Laden alles was verhandelt wird das heißt Hybrid Tomate das klingt schrecklich Hybrid klingt so wie genetisch modifiziert halb Mensch halb gefährliches Wesen aber das ist einfach eine Weise um zu kreuzen um dann nach diese Kreuzungen und auch Kreuzungen mit dem gleichen Rasse Inzucht Kreuzungen das klingt auch schon nicht toll aber da ist wenig gefährlich da ist nichts gefährlich daran und es wurde mal durch jemand vom Fallteu ein Kollege einen Samen von der Bio Tomate zurück traciert und der kam dann bei Monsanto aus was nicht so fremd ist denn Monsanto hat wie andere große chemische Multinationals alle so ein niederländische Saatgut Familienfirma aufgekauft also das zusammen dann zur Regionalität und wie man den Verbrauchern helfen könnte möchtest du zunächst was darauf sagen muss nicht ich überlege gerade ich finde das schwierig weil Saisonalität ist auch nicht definiert aber wenn man Saisonalität als unbeheizt definiert dann das hat nichts mit Regionalität zu tun Saisonalität ok das meiste von dem Biotomaten ist saisonal also die sind aus dem unbeheizten Folientunnel es werden nur ganz wenig Biotomaten schon angebaut und werden noch ein bisschen beheizt aber Biotomaten meines Wissens nach sind eigentlich unbeheizte Tomaten die sind also saisonal und da nutzt man eben die Gewächshaustechnik also den Folientunnel um einfach das geschützt zu halten damit es Problem ist warum wir also dieses Missverständnis dass die Biotomaten dann dass man glaubt dass die im Freiland angebaut wird das ist total schwierig weil du bist in Witterungsumständen und wenn es da ein bisschen feucht ist dann hat die Tomatenpflanze total anfällig gegen Pilze und du hast einen großen Verlust wo die Bio-Erträge eh schon so niedrig sind deswegen macht das eigentlich niemand von dem her hat man eben das Tunnelsystem mit Nützlingseinsatz und natürlich Wirtschaftsdünger oder Kompostgarben entwickelt und das eben ist ja es vielleicht noch als hinzufügung zum Beispiel Erich Stekowitsch im Burganland hat seine ich habe die auch im Buch ich habe man auch besucht und sehr lange ja das sind Saisontomaten und das sind keine Hybrid Samen das sind Samenfeste Samen aber die schaffen es nicht nach Wien die sind einfach nicht haltbar und richtig transportierbar das hat mit diesen Sorten zu tun die Hightech entwickelte Tomaten lassen sich nun mal viel besser transportieren und halten und also was macht Erich Stekowitsch entweder man kommt zu ihm im Hof ich habe schon gesagt man soll das nicht mit dem Pkw aus Wien tun das ist dann sehr unnachhaltig aber er verarbeitet sie vor Ort all diese schönen Sorten gehen auf einem Haufen und kommen dann zum Essig und Chutney das ist auch ein Widerspruch wer so das Glück hat dann kennt man den Bauern auch von nebenan wobei ich sage immer dazu man soll nicht den Bauer von nebenan immer mehr vertrauen als andere Bauern das finde ich auch immer so was komisches wieso ja wir essen lieber deutsche tomaten denn die vertrauen mehr als niederländische aber kennt ihr sie das meist ja interessante beispiel ist eigentlich die lokaltomaten die man dann in urlaub im schönen hafen stadt in griechenland oder spanien nah bei sonnenuntergang schöne tomatensalade und das schmeckt man das ist eine lokaltomate ist bestimmt dann eine lokaltomate nun haben diese kleinbauer oft überhaupt wenig kenntnisse von chemikalien also gibt schmeckt man nicht da spricht man lieber ein bisschen zu viel als zu wenig und die export tomaten sind im Prinzip besser kontrolliert ich will da nicht noch mehr darüber sagen das können sie nachlesen wie das alles funktioniert und auch mit wo es vielleicht noch nicht so gut funktioniert aber die Idee einer lokalen tomate aus was ganz tolles ist sehr subjektiv ich darf wieder kurz noch anmerkungen machen zu den sorten zu der dame in rot also bio austria hat zum beispiel mal ganz tolles projekt gehabt mit der archenoa wo die ich weiß nicht wie viel 20 30 verschiedene tomaten sorten ausprobiert haben also das waren dann samenfeste sorten und die sind halt dann nicht das klassische rote tomaten paar die die eigentlich jeder kennt sondern die sind halt dann wirklich spezielle sorten von gelben über violette und alle möglichen ausprägungen haben die dann gehabt und ich glaube wenn sie wirklich auf samenfeste sorten zurückgreifen wollen ist die archenoa eine gute anlaufstelle aber ich möchte hinzufügen dass es da auch ich kenne auch Leute mit samenfeste sorten da gibt es auch versucht mal zehn sorten und vielleicht gibt es drei die schmecken und die andere auch nicht die sind nicht unbedingt alle besser zu ihnen bitte aber sie waren vorher ne der herz vorher ja ja dankeschön ich habe das sehr interessant gefunden dass sie von verschiedenen systemen sprechen auch wir leben in verschiedenen systemen auch offensichtlich die tomate ist in verschiedenen systemen daheim und sie haben auch die verschiedenen systeme herausgearbeitet also man sagt die tomate aus spanien hat weniger co2 belastung als eine aus holland oder oder aus dem umfeld wenn man allerdings das wasser hinzurechnet sieht schon wieder anders aus das heißt eigentlich nachhaltigkeit bewegt sich in den verschiedensten systemen die aufeinander knallen jetzt bin ich konsument ich bin also ich kaufe immer nur bioprodukte und so weiter und weil ich davon überzeugt bin vielleicht ist ein bioschmäh ich habe den film vom boote noch nicht gesehen aber ich werde mir das sicher anschauen also ich bin jetzt konsument also mich hat auch beeindruckt dass ich gesagt naja dann geht man zum lokalen produzenten und holt sich das kistel oder zwei kistel na die kann ich nicht mit dem fahrrad fahren ich lebe in wien und nicht im burgenland was ist jetzt der verantwortungsvolle konsument der am samstag vormittag seinen wochen seinen wochenkauf macht und da gehört vielleicht auch ein kilo tomaten dazu welches kaufe ich da so soll ich das jetzt beantworten ja ich würde zum wochenmarkt gehen und zum bioproduzenten oder konventionellen weisen den man halt kennt und wo man dann auch mal mit dem auto hinfahren kann und sich das anbausystem anschaut und dann habe ich mehr bezug zu dem produkt das ich kaufe aber natürlich hat nicht jeder die möglichkeit zum markt zu gehen oder will auch nicht vielleicht das geld ausgeben oder hat es gerade eilig dann ist es total praktisch irgendwie zum supermarkt zu gehen und sich dann dort das gemüse und dann nehme ich halt die milch auch noch geschwind dazu und das fleisch was weiß ich da habe ich halt ich möchte sofort widersprechen ja ich habe so viel geschummel auf wochenmärkten entdeckt geschummel mit regionalen waren einmal abgesehen davon dass regionalen tomaten also wenn die in genau so ein Gewächshaus wie in Holland wachsen regionalität für tomaten ist sinnlos behaupte ich aber auf wochenmärkten sind es genau die gleichen sorten die auch im supermarkt vorhanden sind und dann ja dann kannst du sagen naja toll aber ich kenne diese frau und sie ist nett und ich vertraue sie gut das ist dann dein ding aber ich glaube wirklich nicht es gibt wochenmärkten zum beispiel ja naschmarkt hier aber in berlin boxhagener markt die sind einfach nur teurer und man bekommt keine besseren tomaten also besser ist natürlich noch was anders geschmackssache ist sehr persönlich aber ich habe also keine antwort ich habe nur für mich nur die einzige antwort die ich gefunden habe dass ich im winter keine frischen tomaten kaufe um dann doch noch nicht noch unnachhaltiger zu sein in welcher hinsicht auch aber das ist das einzige ist das weil man hat oft eine trockere Frage und muss ewig warten und dann hat man andere Fragen und vergisst sie wieder. Aber es gebe viele Punkte und das eine, also einer ist, dass ich das Lokal zum Beispiel schon deswegen sehr interessant finde, weil man sich selber überzeugen kann. Man kann selber den Kontakt aufbauen und man sieht, wie diese Bauern dann versuchen, über den Winter suchen sie ihre Sorten zusammen, suchen, testen verschiedene Sorten aus, versuchen welche mit einem guten Geschmack zu finden, probieren wieder was. Also das Schöne ist, bei den lokalen Anbietern, wenn man sich wirklich interessiert, dass man die Möglichkeit hat, sich selber zu überzeugen. Man kann sogar mitreden und das ist wirklich viel, selbst bei den Kleinsten, also bei den Kleinstbauern, wie sie gesagt haben, wirklich viele, die sogar mit Folien arbeiten, weil wirklich das mit der Nässe die Ernte ruiniert ist. Wenn dann ein nasser Sommer ist, ist es eine Katastrophe, die Faulen, alles ist kaputt, das kann sich niemand leisten, wo es eh schon ökonomisch kaum überleben möglich ist. Aber eben wirklich der Vorteil beim Lokalen ist, dass wenn man will, kann man hinfahren und schauen. Und da geht mit der S-Bahn und mit dem Rad viel. Und das andere ist, wie hoch will man die ethischen Kriterien ansetzen, das ist auch sehr gefährlich. Im Winter kommen die Tomaten in der letzten Zeit vor allem aus Marokko. Das ist der Wahnsinn schlechthin. Da dieses ganze Grundwasserspiegel sinkt, die Bauern rundherum, da gibt es ja Bauernsterben um die grauenhaften Plantagen in Marokko. Also für die lokalen Bauern, für die lokalen Menschen vor Ort ist es in Marokko eine Katastrophe, der Tomatenanbau. Und da ist die Frage, was für Theater man macht, wenn jemand mit dem Auto ins Burgenland fährt, seine Tomaten kaufen. Das finde ich lächerlich, im Gegensatz zu der Bedrohung in Marokko. Also es ist immer die Relation mit einzubeziehen. Das ist ganz wichtig. Wenn man jetzt, weiß nicht, was für ethische Kriterien man ansetzen kann noch an die Bauern, die versuchen es eh nachhaltig zu machen, wichtig ist, dass man die Relation sieht. Und das ist, also ich finde ein Transport trotzdem problematisch, auch wenn der CO2-Abdruck vielleicht nicht so hoch ist, weil der Roadkill unterwegs ist sehr hoch, die Zupflasterung mit den Straßen ist sehr hoch, der Lärm, die Lärmbelastung. Ich weiß nicht, was in der Ökobilanz da wirklich alles berücksichtigt wird. Ein Transportweg besteht nicht nur aus Abgasen, ein Transportweg besteht aus viel mehr Belastung. Und wer aus Tirol kommt, der kennt die Transitbelastung mit dem Lärm zur Genüge. Also es ist eine psychische große Belastung, der Transit und der Lärm. Also es gäbe 100 Punkte. Ich habe viele wieder vergessen vielleicht. Aber es gäbe, also es gibt da viele Punkte und es lässt sich nicht so einfach, also es ist wirklich so komplex, dass es sich gar nicht so eindimensional abhandeln lässt. Weil selbst in Italien kommen die Arbeiter aus, und in Spanien die Arbeiter aus Nordafrika. Und auch dort wird null ethisch. Ich schreibe darüber. Ja genau, und deswegen ist, wenn im Burgenland die Arbeiter, was passiert aus Ungarn oder sonst kommen, auch keine größere Katastrophe. Es ist vielleicht die geringere. Ja, na, es ist ja Diskussionsanregung. Also etwas zum Nachdenken geben. Und die Frage war eben... Ja, weil es gibt einigen Widerspruch. Ja, und das bin lokal, also da würde ich widersprechen. Also ich finde es interessant. Ich möchte lokal einkaufen, weil ich mich selber dann überzeugen kann und überzeugen kann, will ich dort kaufen oder nicht. Und ich kann es mir selber anschauen. Und eben die Frage ist nach der Erhebung der Ökobilanz, weil ich eben schon misstrauisch bin, wenn es vom Weißgott woher kommt. Und mit Italien, wie wir gesehen haben in den letzten Dokumentationen, stimmt es ja auch nicht mehr. Italien bezieht inzwischen viele Tomaten aus China. Also es ist ja schon alles sehr relativ geworden. Ja, das geht um, bei verarbeiteten Tomaten muss kein Ursprungsland darauf stehen. Also wenn es um Mark- oder Dosentomaten geht, das ist eine völlig andere Geschichte. Das sind, die wir hier kaufen, sind dann über Neapoli oft chinesische, klar, das ist ein Ding. Aber ich möchte noch ein paar Zeilen zu dieser Frage, was ist eigentlich eine lokal Tomate in Wien? Was ist das denn eigentlich? Ich habe dann diese lokal für lokal Gedanken auf dem Fahrrad mal ausgeführt, bin auf dem Fahrradtour entlang einiger Wiener Pionierprojekte gegangen und das wurde eine höchst deprimierende Erfahrung. Ich werde hier jetzt nur das letzte Beispiel nennen, die anderen müssen sie vielleicht selber nachlesen. Das ist nur zum Gedankenanstoß über Urban Gardening, weil das heute so trendy ist. Und was heißt das dann für Tomaten? Das dritte Fleckchen liegt im Herzen Wiens in der schmalen, dunklen Kirchengasse. Hier wachsen tatsächlich Tomaten in Kästchen, also nicht auf verschmutzten Stadterde zum Glück. Von Müllcontainern und vorbeirasenden Autos flankiert. Die netten Salatpiraten, die hier gärtnern, besehen ihre laufende, unfertige Arbeit mit Stolz. Bis vor kurzem lag an der Stelle, wo man es sich jetzt auf Hockern und sogar in einer Badewanne hauptwegs bequem machen kann, noch wilder Müll herum. Zwar lassen sich die Tomaten, unter anderem aus Saatkut von Erich Stekowitsch, noch nicht blicken. Wenn sie erscheinen, dürften sie aber angesichts der Umstände am ehesten als Ziergewächs geeignet sein. Tja, diese Stadt gärtnern. Mitunter trifft hier das Paradox zu, je lokaler das Obst und Gemüse, desto ungesünder das Ergebnis. Sogar beim Biola, der in Berlin, schen man diese These zumindest unbewusst zu vertreten, indem man den schlechten und verschmutzten Boden um Berlin herum als ungeeignet für Bioäpfel bezeichnete. Die Ernte kann nur so gut sein wie das schwächste Glied in der Produktionskette Boden, Wasser, Luft. An diesem Grundsatz kann auch der nachhaltigste Urtomaten-Samen nichts ändern. In der Stadt sind die Böden oft mit Schwermetallen belastet. Dazu kommt noch die Luftverschmutzung durch den Verkehr. Mehrere Studien, unter anderem der Technischen Universität Berlin, haben gesundheitsgefährdende Bleiwerte in Berliner Hobbygartenprodukten gefunden. Manche lokale Tomate enthält viel mehr Blei als die Supermarkt-Tomate. Gemeint, ne, von mir. Dazu passt ganz genau meine persönliche Erfahrung. Ich lebe in Wien und habe ein kleines Winzerhäusl in der Südsteiermark. Wir probieren seit Jahren Bio-Tomaten ohne irgendwelche Spritzereien unterm Dach anzubauen, zu ernten. Und einmal eine Tomate zu finden, die besser schmeckt als irgendeine aus dem Supermarkt. Es ist mir bis heute nicht gelungen. Das Zweite ist, ich habe in der Nachbarschaft eine ganz liebe Familie, einen Bauern. Die haben ihren Bauerngarten, sie haben ihre Paradeiser, die sie anbauen. Sie wollen nicht im Supermarkt kaufen, aber was machen sie? Die Tomatenfäule, die Fäule der Blattfäule, die sich sehr bald einstellt, wenn man auch dort, es ist zwar sehr warm, aber es regnet halt auch. Dann fängt man an zu spritzen gegen die Fäule, und zwar heftig. Und ich frage mich, ob diese, ich habe auch Ihre Sendung heute zum Mittag um eins gehört. Eigentlich bin ich jetzt so weit, dass ich sage, die Geschichte mit dem Tomatenanbau lasse ich einfach. Weil es außer Spaß, aber nicht wirklich den Effekt bringt, den man sich wünscht. Ich werde in den Supermarkt gehen. Du hast auch mal was über Kunstdünger gesagt, dass das auch, um das zu machen, dass man auch wieder viel Fossil und das Hobbygärtner oft, also die es nicht zum Biomachen, ganz jede Menge Kunstdünger. Ja, da gibt es Studien dazu, dass eben in diesen, wie heißen diese Kleingartensiedelungen, das sind die kontaminiertesten Böden überhaupt, weil die einfach alles draufhauen. Jetzt gehen Sie in den Baumat, was Sie alles an Giften und Böden verkaufen? Ja, das Gifosat, das kann man auch überall freikaufen, wird auch heftig benutzt. Bitte. Es sind zwei Stichworte gefallen, und zwar das eine war Transportwege und das zweite ist dann irgendwie China. Und das hat mich auf die Idee gebracht und da wollte ich eigentlich die Agrarbiologin fragen, oder auch Sie als Journalistin, was Sie von diesem neuen Trend halten, der ja meines Wissens aus China kommt, dass man die Gewächshäuser in einer Art von Hochhäusern sozusagen in der Stadt baut. Das hätte für mich jetzt mal ganz pragmatisch, wenn ich das betrachte, den Vorteil, dass man es nicht transportieren muss, sondern ganz kurz, dass die Samen kann man dann eben, wie Sie gesagt haben, das ist eh ziemlich wurscht, wo die herkommen. Und die Energie dafür, dicke Gewächshäuser kann ich so bauen, dass ich die mit Photovoltaikanlagen, Glashäuser bauen, das kostet mir eigentlich unterm Strich auch keine Energie. Das klingt doch jetzt einmal sehr hübsch, oder? Ja, es klingt sehr hübsch, dieses Anbausystem, wie ich das jetzt bezeichnen würde, nennt sich Vertical Farming. Diese vertikale Anbau? Genau, das wird, es gibt in New York, hat es schon vor zehn Jahren oder so so Projekte gegeben, wo dann auf Häuserwänden oder innerhalb von gewissen Häusern dann Gemüse angebaut wird. Aber keine Tomaten, weil das funktioniert nicht, die brauchen Licht. Salat, für Salat ist das geeignet, mit Kunstlicht. Aber irgendwie mit Tomaten in alten Fabriken, ich habe auch, da gibt, ich habe kein einziges Beispiel gefunden, wo das bis jetzt, ja man kann es mit sehr teurer LED, wie heißt das, LED-Verlichtung, das kostet dann nochmal wahnsinnig viel Energie, aber das ist wirklich keine Lösung. Und ich finde überhaupt eigentlich, dass Stadtboden, da soll man was für Menschen machen und keine Tomaten anbauen, das ist ja eh viel zu teuer, Mitte in Wien oder so. Andererseits hättest du dann eine Schattierung des Hauses und du würdest dann grüne Elemente in die Stadt bringen, was bei der Erhitzung der Städten, wie sie jetzt momentan der Fall ist, vielleicht auch nicht so schlecht wäre. Aber ich finde, es ist ein sehr interessantes Thema, also meine persönliche Meinung dazu ist, dass es einfach nur zu wenig erforscht ist. Wir haben jetzt interessierte Dissertantinnen, die sich damit beschäftigt haben, aber es ist wahnsinnig schwierig, da wirklich auf konkrete, gute Informationen schon zurückzugreifen. Ich finde, man sollte das explorieren, klar, aber das Problem, das sich dabei auch wieder ergibt, das sind auch Hygienestandards, das sind dann auch Kontaminationen, das ist auch, dass man einen gewissen Ertrag dann auch hat, weil man hat dann vielleicht Schädlingsprobleme, muss man spritzen, wie auch immer. Also es gibt da, glaube ich, so, also man muss schauen, was dann diese nachgelagerten Prozesse, dass die auch dann funktionieren. Und da stelle ich mir halt schon die Frage, wenn diese vertikalen Systeme nicht so einen hohen Ertrag haben, dann sind die Kosten, die dann danach gelagert sind, vielleicht höher. Okay, Sie haben einen höheren Ertrag, als Sie haben, Sie sind von Botenanbau. Ja, und da, ja. Und man kann auch kleinere Fläche eigentlich, wenn man die soziale Stapel, die viel mehr anbauen, ja, theoretisch schon. Wenn Sie von nachhaltig zu sprechen, kommen Sie da auch den Flecken versprochen? Ja, da gebe ich Ihnen recht, ich finde auch, dass man das weiter explorieren soll, aber meiner Meinung nach ist es jetzt noch nicht ein System, das man jetzt schon implementieren könnte, weil es sich noch nicht tragt. Also ganz ehrlich muss ich, das ist das, was ich aus den Studien, die ich bis jetzt gelesen habe, so meine Conclusion ziehe. Aber ich würde trotzdem gerne noch was zu diesen Wochenmärkten sagen. Also das, was ich vorhin gemeint habe, das stimmt schon, aber da spreche ich von Wochenmärkten, wie zum Beispiel man Kutschka macht, da gibt es den Biomarkt und da gibt es dann die Bäuerin, die halt dann reinfährt mit ihren Produkten und da kann man also die Bäuerin dann sehen und mit ihr sprechen und mit ihr einen Termin ausmachen und das Anbausystem. Also ich spreche jetzt nicht von irgendwelchen, zum Beispiel Naschmarkt, die kaufen alle am Großgrünmarkt in Wien, wo die Waren aus aller Welt daherkommen und die dann dort die Tomaten kaufen. Ja. Ja, das ist nun wieder interessant, sie hat gesagt, aber die Bäuerin spritzt. Aber unter Bierbedingungen hat sie ja bestimmte Restriktionen, wo sie dann nicht drüber spritzen darf. Ich übernehme mal das Wort an dieser wunderbaren Stelle, weil wir selten eine Veranstaltung haben, die so offen mit so vielen verschiedenen Fragen am Ende im Dissens endet, das ist eigentlich prima und dass wir auch eine Art Forschungsagenda festhalten können, dass wir eigentlich noch zu wenig wissen. Ich glaube, Sie haben gesehen, wir haben wirklich ein verbraucherrechtliches Thema, Verbraucherschutzthema par excellence, ein ökologisches Thema, ein ökonomisches, globales Thema par excellence heute Abend miteinander diskutiert. Und wir stehen alle ein bisschen ratlos da. Es gibt keine einfache Lösung. Wir haben über die Generierung von Vertrauen gesprochen, die offensichtlich ganz zentral für uns alle ist. Aber es gibt keine absolut verlässlichen Vertrauensinstitutionen. Also die Siegel der Industrie haben gewissermaßen Sachen, auch die sie unsichtbar machen. Die Kampagnen der Verbände der europäischen Institutionen haben eine bestimmte politisch-ökonomische Agenda. Die Presse hat ihr eigenes Interesse teilweise. In der Pressemappe, die freundlicherweise mir der Verlag über sie zugeschickt hat, hat man auch gesehen, wie österreichische Presse österreichische, lokale, regionale politische Agenden vertritt. Also sehr interessant. Was wir am Ende vielleicht mitnehmen können, ist das, was wir schon antizipiert haben bei der Einladung. Es wird heute Abend keine frischen Tomaten für Sie alle geben, wenn Sie mir gleich noch einen Stock tiefer folgen. Wir haben unglaublich angeregt miteinander diskutiert. Ich bin sehr froh, dass es in Deutsch war, weil ich hätte nicht gewusst, wie ich die unbeheizte Folientunnel-Tomate auf Englisch unfallfrei hätte formulieren können. Ich habe gesehen, dass es noch Wortmeldungen gab. Kommen Sie einfach mit runter, fragen Sie die beiden Damen, diskutieren Sie mit Ihnen, konfrontieren Sie Sie mit Ihren Überlegungen, mit Ihren Einwänden. Bevor ich noch zu einem Schlussapplaus mit Ihnen einstimme, würde ich Sie gerne noch auf drei künftige IWM-Veranstaltungen hinweisen, die wir in den nächsten Wochen haben. Gleich am Sonntag, jetzt den 18. März, um 18 Uhr, in einem vermutlich wieder sehr gut gefüllten Burgtheater, reden wir darüber, bedroht die Digitalisierung die Demokratie. Es ist eine Kooperation des IWM mit dem Burgtheater, mit der Ersten Stiftung und dem Standard. Ö1 ist unser Medienpartner. Sie können sich in etwa alle vorstellen, welche großen Herausforderungen die Digitalisierung an die Demokratie stellt. Es wird Land auf Land ab global auch wieder verhandelt. Also das ist eine große Diskussion zwischen etwa 11 Uhr und etwa 13 Uhr. Kaufen Sie sich vorher ein Ticket, es ist nicht teuer, aber es kann sein, dass die Plätze knapp werden. Am Dienstag, den 20. März, also heute in einer Woche um 18 Uhr hier in diesem Raum, gibt es den Monatsvortrag von Martin Schürz, der beginnt mit einem schönen Wort, Überreichtum. Wann ist viel zu viel? Ich entsinne mich, glaube ich, an ein Zitat der Herzogin von Windsor, der mal gesagt hat, One cannot be too rich or too thin. Offensichtlich gilt das für einen Reichtum nicht. Also man kann doch zu reich sein. Martin Schürz ist Ökonom an der Österreichischen Nationalbank und er war Ende 2017 Fellow hier im IWM. Und schließlich am Mittwoch, den 25. April um 18 Uhr im ORF-Radio-Kulturhaus im Vierten haben wir die Patoczka Memorial Lecture. Lord Robert Skidelsky spricht über the importance of history in an economics education. Es wäre schön, wenn Sie uns wieder mit Ihrer Anwesenheit beehren würden. Ansonsten danke ich Ihnen heute Abend, dass Sie gekommen sind, so lebhaft diskutiert haben. Es gibt noch mehr zu besprechen. Kommen Sie mit runter. Wine, Cheese and Tomatoes and Bloody Marys. Und ich danke Ihnen beiden sehr für die lebhafte Präsentation. Vielen Dank. Vielen Dank.